Also, ich bin Ping und am liebsten von meinen Klamotten mag ich meine Socken. Hier, schau mal. Sind die nicht schick? So, guck mal genau. Genau hier auf den rot-gelben Streifen. Schön, nicht? So, das ist Lu. Du, Lu. Ja, Ping. Wir sind jetzt bei Phipps. Ja, ich weiß. Und hinter uns sitzt auch Mr. Phipps. Guten Tag, ihr beiden. Guten Tag, Lu. Guten Tag, Ping. Herzlich willkommen. Danke, danke. Hallo.